Ich bin Harald, bin seit 1977 bei IMO, Anlagenmontage, bin Ausbilder bei RUBO. Den Azubis bringe ich bei, die ganzen Handfertigkeiten wie Bohren, Segen, Pfeilen, Hämmern, Schweißen, was sie draußen braucht, das bringe ich denen bei. Bis 2014 war alles ganz normal, bis ich krank wurde. Ich habe noch Einschränkungen, ich kann mich nicht so bewegen wegen meiner Krankheit. Als Hilfestellung habe ich mein Stehstuhl. Die Firma und ich, wir haben uns Gedanken gemacht, welche Aufgaben ich noch meistern kann mit meiner körperlichen Behinderung. Wir haben dann einen guten Job gefunden, dass ich mein Fachwissen an die Azubis weitergeben kann. Ich finde, Herr Knut ist ein sehr guter Ausbilder. Er erklärt sehr vieles und auch sehr verständlich. Er vermittelt nicht nur das Fachliche, sondern auch, wie man sich auf der Baustelle zu verhalten hat, wie man im Team arbeitet. Die Jugend, das macht mir besonders Spaß. Man sind sie zickig, man sind sie mh, aber trotzdem, es macht Spaß. Wenn man eine Behinderung hat, kann man auf jeden Fall im Arbeitsleben weiter bestreiten. Man muss nur die richtigen Hilfsmittel mit anwenden und gucken, was einen Spaß macht. Knappe 47 Jahre bin ich bei der Ivo-Anlage-Montage. Seit 1977 gibt es keine andere Firma für mich, weil ich die Abwechslung liebe. Und die Herausforderungen, was mir gestellt wird, dass ich die auch meister.